Es geht los mit meinem neuen Format, dass ich Frisuren aus Serien und Filmen nachmache und mir haben viele Khaleesi geschickt. Ihr könnt mir natürlich sehr, sehr gerne Vorschläge auf Insta schicken per DM und mir dann natürlich auch folgen. Aber jetzt zur Frisur. Okay, also sie hat auf diesem Bild unten Locken, also mache ich erst mal das. Also mache ich mir jetzt erst mal große Locken. Okay, den Schritt habe ich schon mal hinbekommen. Jetzt teile ich erst mal die oberen Haare ab, so wie die Zöpfe eben auch gemacht sind. Okay, so habe ich jetzt die erste Partie abgeteilt und die tue ich jetzt erst mal holländisch flechten und dann einfach nur noch normal nach hinten. Und ich werde sie nicht normal holländisch flechten, sondern nur die Hälfte, also nur von oben Strähnen dazunehmen. Und die zwei Zöpfe tue ich jetzt hinten auf dem Kopf zusammenknoten. So, jetzt kommen noch da diese unteren Zöpfe. So, die Zöpfe tue ich jetzt hinten auch noch zusammen. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht identisch, aber ich finde, eine Ähnlichkeit ist schon zu erkennen. Da seht ihr nochmal ihre Version und meine. Schickt mir gerne weitere Vorschläge.